Ob da Liebe in der Luft liegt, das haben sich die Follower von 24Tim und Kim-Virginer auch gefragt. Denn zunächst sah es danach aus, als würden der TikToker und die Ex der Bachelor-Kandidatin von Frühlingsgefühlen gepackt werden und als ein weiteres Traumpaar aus dem australischen Dschungel entspringen. Doch zu einem großen Liebeshuting kam es zwischen den beiden bisher nicht. Doch was ist der Stand zwischen ihnen? Das hat Tim Maximilian Kampmann, wie 24Tim mit bürgerlichem Namen heißt, nun seiner Community auf Instagram verraten. In einem QR wurde 24Tim von einem seiner Follower nun ganz offen gefragt. Was genau ist dein Status zu Kim? Berechtigte Frage, denn nachdem die beiden Reality-TV-Teilnehmer von ihrem Abenteuer aus dem australischen Dschungel zurückgekehrt waren, haben viele an eine süße Love-Story geglaubt, die sich zwischen ihnen anbahnen könnte. Immerhin kam es sogar zu einer Sexbeichte, und sie zeigten sich schmusend auf Social Media. Doch nun klärt 24Tim endlich auf, was der aktuelle Stand zwischen ihm und Kim Virgina ist. Der gebürtige Kölner verrät seiner Community, lernen uns entspannt kennen. Da ich das nicht für irgendein Format mache, sind wir auch einfach nicht zusammen. Und da ich seit 23 Jahren Single bin, will und werde ich nichts beschleunigen. Eine ziemlich erwachsene Ansicht des Social Media Stars. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Vielen Dank.